Kennst du den Unterschied zwischen einem Alligator und einem Krokodil? Is this a crocodile? Ist das ein Krokodil? Nein. No. I know. So, crocodiles and alligators are both reptiles. Reptilien. The crocodile has a V-shaped snout, a V-förmige Schnauze. The alligator has a U-shaped snout, a V-förmige Schnauze. Crocodile is slower than the alligator. Langsam.